Na da, wenn du das hörst. Das wird uns irgendwas auch noch mit angezeigt. Nö, ne? Hm, naja. Gut. Was hab ich denn? Noch drei Lebenssteine. Das ist ja nicht grad viel. So. Schauen wir uns hier mal eine Runde um. Ja, ich bin, ich bin der Undude auf. Oh. Ich packte meine Stücke in hier. Sie sahen, dass es vacant war. So. Gucken wir doch mal die Seele. Deine Seele gehört mir. Mein Lebenstein. Cool. Ähm, nein. Mal noch nicht. Das war ein bisschen zu zeitig. Gucken wir mal hier in das Häuslein. Na, wer bist denn du? Oh. Oh. Hallo. Kuckuck. Du verkaufst Rüstungen. Das ist aber schön. Wir haben 670 Seelen. Vielleicht gibt mir noch eine schöne Schuld. Oh. Sorry, I... Please do have a look at my wares. Ja. I could really use the business. Ja, wenn ich jetzt zeig mir endlich deine Waren. So. Gegenstand kaufen. 1.200. 1.500. 2.000. Du fütterst ein bisschen was. Verdammt. Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Ich bin doch eine Schuld. Kommst du mal einfach mit. Hm. Geht nicht. Gehen wir halt mal raus und müssen meine Warkämpfe bestreiten. Na. Ging eigentlich auch schwer zu gut. Ich weiß es nicht mehr. So, was war hier? Öffnen. Verschlüssen. Verschlüssen. Hier haben wir noch eine Hütte. Öffnen. Gehen wir zu Hause? Hallo. Oh. Die Grinsekatze. Hallo Grinsekatze. Und eine ohne viel Zeit zu bleiben. Mhm. Nicht genau die Zeit, um mit einem Katzen zu sprechen. Well. Seid euch. Seid euch selbst. Oh, ja. Du kannst mich Schalkwa. Anshantay. Ja. Gut. Und doch. Was mein Begehr ist. Ich hätte gerne ein Schild. Ich rieche herrlich. Ich rieche mich an. Ich rieche mich an. Du kleine Mietzekatze. Gegenstand kaufen. Eid wieder rufen. Eid wieder sprechen. Eid wieder sprechen. Was ist denn das? Du hast kein Eid geleistet. Was ist denn da? Oh. 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 Ich habe einen Unterkerknochen da. Das muss dein Köder-Schädel öffnen. Wann ich nicht? Da strömt Lust und hat hier den Weg. Ich kann ja nicht... Ich habe nicht genug genug Geld. Ja, ja, du musst auch. So, schauen wir mal, wo wir hier lang müssen. Ne? Ne, war er? Da war ich jetzt gerade hier. Ihh, Ihh, mehr Schweinchen! Die Katze ist ja kaputt! Ach, Mann! Seid eh noch leise, dumme Meerschweinchen! Schleck mich! Den... 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 den mache ich ja keinem Schoten! Was bespülen Frieden! Ah, weg hier! Ich werde vom Meerschweinchen verfolgt! Waaah! Ihr seid so dumm und hässlich, ihr dumme Meerschweinchen! Der dann noch da? Ne, gut. Gut, dann bräuchten wir vielleicht mal ein besseres Schild oder sowas. Oder ein besseres Schwert. Wär auch nicht übel. Und dazu müssen wir Kämpfe bestehen. Gut, wie gehen wir hier lang? Wir kommen von... nach oben, ne? Kommen wir von hier? Nein, wir kommen von hier! Wo ist ich denn hin? Ach, Drogsouls ist so toll! Weil man aber nie weiß, wo man hin muss! Das ist der Rhythmus! Wo man hin muss! Niemand zu Hause? Keiner da? Irgendwer? Hallo? Jemand da? Hä? Hä? Wir wollen nicht gerade was geläuchtet. Hm? Hm? Ach ne. Das war eben bloß... Das war bloß das dort oben! Hm. Okay. Was ist denn das heute so? Na gut, ich hab mein Hintergrund noch verganggelaufen. Hallo? Kann ich mit euch sprechen? Hm. Dein Schwert? Dein Schwert? Dein Schwert ist alles blockiert. Du siehst. Bei dieser... ...Dogdolfi-Statue. Heaven's a buff. Wer glaubte es, ich hätte eine Idee, um ihn zu spüren? Na, ich war's nicht! Uff. Ich bin in der Brotel jetzt. Was haben wir denn hier? Gegenstand aufnehmen. Lebensstein! Heimatknochen! Knochen! Deine Heimat! Mhm. Badabaaa! Na? Na? Du kleiner Muschi-Klaus! Okay. Tod Nummer 1. Ich drück mich da. Ich bin B drück mich statt A. Ich will mit A rollen. Bin ich einfach nur bescheuert? Ich will immer rollen mit A. Okay, das kotzt mich gerade in Runde an. Ich will mit A rollen. Ist aber B ist rollen. Nerv. Fuck you. Nerv. Fängt schon mal gut an. Ach, ich bin wieder hier. Juhu. Bin ich jetzt tot? Ja. Gut, dafür habe ich 6 Lebenssteine. B ist rollen. Und das ist zuschlagen. Ach, meine Nerven. Rollen. Zuschlagen. Ausweichen. Zustirgen. Zustirgen. So. So. Eine Nerven. Wo geht denn das heute zu? Das ist gleich Blöde. Ja, das sind ja die Hinterprogramme, die laufen. Das sind jetzt gerade ein paar. Kommt das wie wir schaffbar. Ob das meine eigene Blödheit ist, dass ich jetzt drauf gegangen bin. Also das erste Mal sind wir hin. Guck mal, da bin ich wieder. Jetzt bin ich ganz hübsch. Idioten Kind. Lass mich durch. So. Okay. Ist er noch draußen? Oder hat er das Tür schon wieder zu? Da hat das Tür schon wieder zu. Ey. Dumpatz. Arschloch Kind. Komm her. Komm her. Komm her. Na. Stürp-Anlogen-Entzündung. Oh. Der Tassa. Warum ist denn da so langsam? Warum stoppt denn da so? Na. Achso. Ich hab kein Stomino mehr. Ah. Aha. Stürp-Anlogen-Entzündung. 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 Okay. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Nein. Gut. Dann das. Eine Stauktue blockiert den Weg. Komm her drauf. Geht bloß das Schwert kaputt. Hm. Okay. Ah. Wie bist denn du drauf? Komm doch. Komm doch. Arschkind. Du bist ein Arschloch Kind. Du bist ein Arschloch Kind. Du bist. Du bist ein Arschloch Kind. Du bist ein Arschloch. Ja. Du bist ein Arschloch-Ton. Das ist dein Arschloch. bei der Rocket Beans fand ich eigentlich immer ganz lustig sooo ach ne mhm 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 Girls Looch Einwandknochen Leute Talisman mhm Benützen Ah Okay, da macht was Entschuldigung Ich hab mir doch nicht am anlegen Okay, ich bin noch bei Skyrim Irgendwie so tief im Herzen mhm Naja Du, da blockiert ne Stadionweg Du, da blockiert ne Stadionweg Mh 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 So, irgendwas Mh 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 Bei Skyrim könnte ich drauf Also nicht, Skyrim, das ist ja Dark Souls Mh Also hier scheint es noch nicht weiter zu gehen Obwohl hier die Gegner besiegbar sind Mh 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 Zerbrochen Ne, ich hoffe nicht 850 850 Ah, die Schwerter ging hier kaputt, ne? Mh 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 Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Ich weiß es nicht! Hört auf mich so zu löschern! Wir setzen uns erstmal ins Lagerfeuer hier Das füllt glaube ich unsere Lebensenergie wieder auf Wieso ruckelt das denn heute so? Oh, da hinten steht jemand Hallo! Sprich mit mich! Da bist du Nächstes Monarch Ja, ich bin ein Monarch Mh 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 Oh, ein Estus-Lakon! Na, danke. Du wirst nie den König mit einem Sohn so frail und palett. Geht euch ein Segen, ich stelle die B wieder ein und die Alice Sonne drin. Rückkehr zum letzten Windfeuer. Seelen verlöst Rückkehr zum letzten Goldfeuer. Der Verbindung zu anderen Welten wieder. Ja. Schickt andere in ihre Welt zurück und euch in eure. Und dort Estus-Wiederherstellung in einem Gebiet. Was ist denn Estus-Wiederherstellung? Ja. Oh, ich habe nicht weiter. Cool. Vielleicht war ich ein Stück davon. Das ist sehr schön. Nein. Falkner ist dann 425 und ich habe noch 283. Ah, gut. Okay, falls es kaputt geht in Vorrüstungen, haben wir noch so wie es aussieht. So, weiter tut meine Kapuze auf. So, da liegen wir mal rin. Legen wir doch mal rin. Nee. Nee. So, dann gehen wir die mit ihr, ja. Okay. So, dann gehen wir die mit ihr, ja.